Liebe Horror-Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wattpad Horror. Nachdem wir in der letzten Folge über Hermine, welche zum Vampir geworden ist, Narcissa und Albratrax Malfoy kennengelernt haben, befinden sich unsere Protagonisten nun auf dem Weg zu den Lestrenches zum Essen. Wie das ausgeht, erfahrt ihr jetzt. Neun Kapitel Chris sich Wie Aperiten am Abend zu den Lestrenchen. Wie Lucius klopft an die Tür und da kam eine schwarzhaarige Frau raus und sagt, seit Wahn verkehrt ihr mit Schlammblüter. Ich weiß nicht wieso, aber ich wurde wütend und rente auf sie zu und hielt sie am Hals in die Luft. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin mir sicher, dass sie mich beleidigt haben. Da kam Lucius und deutet mir, sie loszulassen. Ich lasse sie los, weil ich keinen Bock auf weitere Diskussionen hatte. Lucius redete mit der Frau. Darf ich vorstellen, das sind Chris Draconis Dracula und Hermine Draconis Dracula und das ist Bellas Tricks Lesträng. Sie jetzt Oh, ich bitte vielmal um Entschuldigung. Und wir gingen zu ihr rein. Bella Oh, hab ich fast vergessen, das ist Rosa Lesträng. Sie ist meine Tochter. Ich Och Ich will nur noch eins wissen, warum sind wir hier? Lucius Euer Vater hat ja durch deinen Brief erfahren, dass du zurzeit nach Hogwarts gehst und will, dass du das gleich lernst wie deine Schwester. Ich Also wollte uns beibringen, wie das Leben eines, wie nennt ihr es nochmal, Rheinbluts ist. Bellatrix Wow, du benutzt also auch deinen Kopf und nicht nur deine Kräfte. Ich Mach Sachen Und setzte uns an den Tisch. Ich Ihr müht uns nichts zu essen geben, ich gehe heute Abend jagen. Nas Zisas Ach stimmt, normales Essen bringt euch nichts. Schwester Ja, genau. Bellatrix Ich hab unten ein paar Schlammblüter, die ich foltern lasse. Ich sage den Hauselfen, dass sie ihnen Blut absab... 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 Was? Absabzen sollen. Und da kam schon ein Elf und verbeugte sich und fragte, wie kann ich ihnen behilflich sein? Bellatrix, geh nach unten in den Keller und füll in zwei Gläser Blut rein für unsere besonderen Gäste. Der Elf wie ihr befiehlt und verschwand. Als der Elf wiederkam, hat er zwei Gläser mit Blut drin und übergab sie uns. Wir tranken das Blut und ich war Saat. Zehn Kapitel Hermine Sicht Als der Elf kam, übergab er mir ein Glas und meinem Bruder einst, da uns normales Essen gar nichts nützt. Und wir es dann lehrten, fing mein Bruder an zu reden. Hey, was ist denn wichtig, als sogenannt Herrs Reinblut zu erfahren? Lucius, eins der wichtigsten Fakten ist, dass wir als Reinblut das höchst gestählt in der magischen Gesellschaft sind. Mein Bruder... Ach so, deswegen nannte mich also Belatrix Schlammblut, weil sie dachte, ich wäre eines niedrigeren Stand. Belatrix, ja, du verstehst sehr schnell. Ich, was muss man noch wissen, außer dass wir Manieren zeigen müssen? Narcissa, ach ja, ihr werdet gleich nach der Geburt verlobt. Bruder, ach ha, das wusste ich nicht. Das muss ich mal mit meinem Vater ein ernstes Wort wechseln. Lucius, warum den? Ich, ach, ich weiß nicht, vielleicht, weil wir wissen wollen, ob wir verlobt sind und wer unser Verlobte oder Verlobten sind. Belatrix, ja, sowas erfährt man am besten von seinem Vater. Ich, ja, das glaube ich auch und jetzt will ich noch wiesen, ob wir eigentlich als Reinblut zählen oder als Halbblut oder doch als Schlammblut. Lucius, naja, eure Eltern sind Hexe und Zauber, nur mit dem Beigeschmack, dass sie Vampire sind. Also seid ihr zu 100% Reinblüter. Bruder, ok, das heißt, wir sind also wahrscheinlich schon verlobt. Lucius, ihr seid schon verlobt, da das gleich nach der Geburt abgesprochen wird, aber da fragt ihr besser euren Vater. Bruder, na gut, ich glaube, wir können schon gehen. Ich will nämlich heute noch einen Brief an unser Vater schreiben. Lucius, ja, wir müssen gehen, es ist schon spät. Wir verabschieden uns noch bei Belatrix und ihrer Tochter und aberrierte nach Marfoy's Manorough. Als wir ankommen, fing mein Bruder sofort an zu schreiben. Als er fertig war, gab er mir den Brief und fragt mich, kann man es so lassen oder würdest du noch was einbauen? Ich fing an zu lessen. Vater, ich würde gerne erfahren, ob wir schon verlobt sind und wen ja mit wem, da ich gern mich auf sowas vorbereiten möchte. Mit lieben Grüßen, Chris Draconis Dracula, Hermine Draconis Dracula. Bruder, wenn du willst, kannst du deinen Namen ausradieren. Ich, nee, lass mal, mein Name bleibt stehen. Er, na gut, und befestigt den Brief an einer Eule und flüstert, flat Dracula und die Eule fliegt davon. Ich, wen glaubst du, wer unsere Verlobte sein kann? Er, ach, für dich glaube ich Draco Marfoy. Ich schlug in und sagte, du Arsch. Er, war doch nur Spaß. Ich, ist Ock und lass uns ins Bett gehen, ich bin auf jeden Fall müde und du siehst auch aus, als würdest du jeden Moment einschlafen. Jeder ging in sein Zimmer und schlief ein. Elf Kapitel Chris Sicht Die Tage vergingen und wir lernten mehr an der Etikette der Reinblüter und der Beherrschung der Magie. Als eines Morgens Narcissa mit einem Brief kam und sagte, der Brief ist von eurem Vater, wir öffneten in und fingen an zu lessen. Tochter und Sohn Ja, ihr seid schon verlobt und zwar du, Hermine, du in Draco, Lucius, Malfoy und du, Chris, du bist in Rosa, Lestrench. Es tut mir echt leid, dass ich euch das erst jetzt sage, aber besser als nie und bitte, meine Kinder, ihr mühst uns verstehen, wir sind, obwohl wir die Magie nicht nutzen, immer noch Reinblüter. Mit lieben Grüßen, euer Vater. Ich, Hermine, es tut mir so leid. Sie, scheiße, warum er, er ist doch so ein Arsch. Ich, ja, aber denk mal nach, er lebt nur so lange wie ein Sterblicher. Sie, da hast du wohl ausnahmsweise nicht aufgepasst, wen unser Vater uns was erklärt hat. Wir werden bei der Trauung unserer Partner in Vampire verwandeln müssen. Ich, scheiße, das ist wahr. Sie nickt nur, als sich dann Narcissa einmischt. Ihr wiest es also ab jetzt. Wir gleichzeitig, ja. Lucius, ok, so schlimm ist das nicht. Ich habe meinem Sohn Respekt vor dem schwachen Geschlecht beigebracht. Als er das gesagt hat, fingen ich und meine Schwester an zu lachen. Dafür kassierten wir aber verwirrte Blicke. Als wir uns Dan beruhigt haben, erklärten wir ihnen, dass er immer schwächer, als wir beide bleiben wird, da wir geborene Vampire sind und er Dan nur verwandelt. Draco, also werde ich immer der Schwächer bleiben. Ich, ja, aber ist gut so. Damit kann meine Schwester dich bremsen. Den, den Drang, Blut zu trinken, beherrscht. Dich, du musst lernen, mit dem Drang umzugehen und ihn nicht dein Leben kontrollieren lassen. Er, ach so, ihr seid trainiert, damit ihr nicht auf uns losgeht. Hermine, genau so ist es. Da wir so trainiert sind, halten wir sehr lange aus. Außerdem hat mein Bruder in eurer Bibliothek einen Trank entdeckt, damit wir unseren Hunger auch mit normalem Essen stielen können. Lucius, aha, das ist sehr gut. Den, somit könnt ihr mit uns zusammen essen. Ich, ja, ab heute, den Dr-Trank ist fertig. Nun sind Hermine und Chris auch noch zwangsverlobt. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich mich von meiner anfänglichen Überzeugung zu wissen, wie diese Geschichte ausgehen würde, langsam verabschieden sollte. Wie dem auch sei, wir kennen ja sogar schon die zukünftigen Ehepartner. Einer Doppelhochzeit steht ja quasi nichts mehr im Wege. Wie es weitergeht, erfahrt ihr wie immer in der nächsten Folge. Bis dahin, LGME. Und jetzt kommen noch die Outtakes. Mein Bruder, ach so, deswegen nannte mich also Belatrix Schlammblut, weil sie dachte, ich wäre eines niedrigeren Standes. Alter. Alter. I-i-i-i-i-i-i-i. Ich, ihr müßt, ihr müßt, 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 müßt. Vielen Dank.